Die Jungs, die gehen nicht ins Spiel hinein und denken, wir wollen es eng halten, wir gehen ins Spiel hinein und wollen gewinnen. Also insofern ist das Resultat unbefriedigend, ohne Zweifel. Aber nochmals, wir machen vieles gut, wir machen vieles richtig. Der Rückgrat für jeden möglichen Erfolg ist der Einsatz und auch diese Spieldisziplin und das haben wir. Also daher sind wir sehr zuversichtlich, was die kommenden Spiele angeht. Ich denke, heute und heute wieder ein gutes Spiel von uns. Leider wieder keine Punkte mitgenommen, aber ich meine, es klingt jetzt ein bisschen wie so eine Wiederholung, aber wenn wir so weiterspielen, dann sind wir auf einem guten Weg. Ja, wir spielen als Mannschaft, wir spielen als Team. Ich denke, das funktioniert gut, wir spielen im System, wir vertrauen uns gegenseitig, das klappt alles. Und ja, jetzt müssen wir irgendwann nur noch Punkte mitnehmen. Ja, absolut. Ich glaube, wir schauen immer noch, dass wir es so schön machen. Ich glaube, heute war es schon besser. Aber nichtsdestotrotz hatten wir heute auch wieder viele Optionen im Powerplay und dann nur ein Tor gemacht. Na klar, ich glaube, wir wussten alle, dass das ein sehr, sehr schwerer Start wird in die Gruppe. Und jetzt haben wir zwei von zwei Spielen verloren, obwohl wir eigentlich echt ein gutes Spiel aufs Eis gebracht haben. Ist natürlich bitter, aber ja, müssen wir jetzt abhacken und dann fürs nächste Spiel wieder bereit sein. Ja, auf jeden Fall. Es ist sehr bitter gerade der Moment, aber wir müssen versuchen, das Positive zu sehen. Jetzt haben wir gegen zwei Top-Nationen, die den Anspruch haben, Weltmeister zu werden, haben wir beide Spiele uns eine super Chance gegeben, zu gewinnen. Ein bisschen mehr Glück auf unserer Seite können wir auch mit zwei Siegen dastehen. Also das müssen wir jetzt mitnehmen, dieses Selbstbewusstsein auch weiter so fortführen.